Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen zum DLC Letzte Überlebende. So, sagen wir die Letzte Überlebende oder wird es noch eine Person geben oder wie, wir werden sehen. Ja doch, einmal mit der Ruhe. Guck mal, ich kann ja wieder was einsammeln. Warte doch erstmal. Gut. Was haben wir denn hier für eine Karte? Ist das die selbe? Nein, das ist wieder mal eine andere. So, wird auch hier das Alien gleich von Anfang an dabei sein oder werden wir was anderes erleben? Bradley! Bradley! Oh mein Gott! Aus dem Weg! Aus dem Weg, Hermann, es wird uns zeigen! Ich, ich, ich kann mich! Wir werden verletzen, aber aus dem Weg! Aus dem Weg, Hermann! Ich kann mich! Ich kann mich! Ich kann mich! Komm schon! Parker! Lambert! Ähm. Hm. Was war da los? Okay. Was ist denn hier runter? Puh! Es ist auch ne Wetter! Langer Gang! Eine Komponente! Muss ich jetzt hier lang? Hammer so rum? Ja. Geht. Ha. In Ordnung. Ist da was drin? Jawohl! Lambert! 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 Hm. Oh Gott! Nein! Hebe die Verriegung der Maschinenkontrollraum auf. Na schön. Oh, Backe! Oh nein! Oh Gott! Jopp! Und das Alien ist auch hier! Wir stehen uns hier hinter! Haha! Wir sind der Anzug! Oh Gott! Und das ist doch! Ich meine Fresse! Ähm! Wir müssen da hin! Oder ich muss da hin! Ähm! Hm! Ich kann da von oben kommen, oder ich kann vielleicht auch von unten kommen. Ich bin in der Mitte, das ist jetzt irgendwie auch egal. Hau ab, Mann! Du scheiß Vieh! Okay. Noch schnell was am Einsammeln hier? Ne, ne? Da vielleicht? Ja, Schrott. Gut. Ich habe es mir schon gedacht, dass du da reingehst, dass du da durchkommen könntest. Tür ist zu! Verdammt! Okay, das ist auch gesperrt. Also nichts mit unten. Na toll! Ne, 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 das heißt... Ich muss noch mal doch von oben kommen, wa? Hier unten geht leider nicht das gesperrt. Verschwinde! 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 Hm... Das auch zu! Ähm... Wie komme ich denn da rein? ok ich bei der leiter noch mal gucken egal ich muss hier gucken bitte funktionieren ok mal noch hau noch ab du mit viel ach gerade das ist ein in ruhe Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist das? Geh da woanders hin, ey. Du siehst doch, dass hier keiner ist, man. Dann kann es auch woanders hingehen. Oh Gott, ey. Mal so nah hier. Hau doch ab, man. Du such mal andere Räume. Es tabst hier rum, es tabst hier rum. Ähm. Du bist etwas auf freiem Fuß auf dem Schiff unterwegs. Ein unbekannte Organismus. Er ist aus Kane herausgekommen. Das sollte reichen. Er soll einen Leichen an uns all schießen. Ich hab keine Ahnung, wie Ash das Teil auf den medizinischen Scans übersehen konnte. Es hätte sichtbar sein sollen. Aber egal. Er baut eine Art Aufspürgerät, damit... Damit wir es finden können. Und Brad und Parker basteln an etwas, mit dem wir es zur Luftschleuse locken können. Aber das hätte nie passieren dürfen. Für so etwas haben wir Quarantänebestimmung. Ripley. Ende. Okay. Oh, jetzt müssen wir da hin. Oder muss ich hier hin. Äh. 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 Okay. Dann muss ich wieder durch die Gänge durch. Denn... Hier ist offen. Warte mal. Das geht so, so, so. Ha. Okay, mal gucken. Hm. Hm. So. Dann müssen wir da rüber. Oh Mann. Ah. Ach du Kacke. Oh, oh. Miss. Oh. Oh. Wo bin ich denn gerade drunter? Alter hat das gerade hier nicht so... öff. misst dadurch und dann die nächste tür rechts was für ein ding oh pack it oh 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 yeah shit oh let's just ah hahaha oh bagger no, it doesn't go just go there dahin ruhe dreht darum alter gott das hat mich noch nicht ganz gesehen da kann ich leider nicht drunter muss das läuft da hinten gerade rum Wo bin ich denn? Ich dachte, ich wäre auf der rechten Seite. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich muss ja wieder zurück. Äh, äh, ja. Okay, geht nur mal darum. Nein, es kommt da jetzt rum. Oh Gott. Mano. Mach doch nicht sowas hier. Oh Gott, ey. Moment, 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 Moment. Oh, ey, da geht es rein. Alter, wie schnell. Das geht im Schach rein. Du bist kurz am Einsammeln, kommt es raus und schon hat es dich wieder, ey. Alter. Alter. Okay, Musikkarte. Hallo, Karte. Mann, das dauert. Okay, haben wir links irgendwas? Hau ab. Mann. Hau ab. Ach komm ey, das ist doch nicht wahr jetzt. Oh Gott, ey. Hey, wie kommst du denn da am besten hin? Fast. Was ist denn das für ein Kack hier? Dass du hier nirgends rauskommst. Oh Gott, äh, ich muss den Gang irgendwie lang oder was? Ich habe aber hier kein Feuer mehr, also das ist ein Baubelé hier. Hm. Stell ich mal Mediket her? Oh, okay. Komponente, naja, alle schön und gut. Aber ich muss ja... Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ähm. Nein, scheißegal, ich muss hier durch. Äh, achso. Ach komm ey. Hallo? Ja, komm. Oh, da. Der war doch so dicht dran, das Ding. Oh nee, wieso ist das denn da jetzt? Das war doch gerade reingegangen. In den Schach, ey. Mann. Kann doch nicht wahr sein, die Tür muss ich jetzt nicht da rein, ich muss ja erstmal ganz durch hier. Alter, ach du heilige. Hier ist auch noch grün, das ist gut, grün ist immer gut. Oh nein. Das gibt es auch nicht. Immer da, wo keine Verstecke sind, ey. Ja, geh weiter. Geht es da raus, alter. Okay. Ach Gott, was für ein Weg, ey. Hier, rum, da, rum, dort, oh. Und das mit so wenig Munition hier, ey. Und keinen Speicherpunkt und sowas. Hm. Wer ist nicht zusammen? Ähm, Moment. Okay, der nächste größere Raum hier. Huah. Ähm. Feuerlöschersteig, was gesagt hat. Ja, Moment. Äh. Äh, 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 äh. Ach Gott, viermal? Und? Einmal. Komm, zweimal. Klappe ist auf. Hallo? Nein? Die kann ich nicht mehr nehmen. Achso. Ja, ja, ja. Das kann ich auch. Das kann ich noch. Oh Gott. beeil dich doch, Mann. Oh Gott, das sieht so langsam aus, ey. Ja, du hast ja auch alle Zeit der Welt, ey. Okay, das war's. Ja, und dann? Wo muss ich dann hinlaufen, oder was? Keiner nicht hier stehen bleiben. Höh. Ach Gott. Uftung. Der Selbstverstörungsmechanismus wurde... Ja, ja, ja. Oh Gott. Links durch, da, durch, da. Alter, das ist weit. Alter, ist das weit. Moment. Da kann ich nicht durch. Oder was doch? Äh. Moment, ich muss erst mal hier runter, den Weg, das Breite da runter. Ähm. Hier durch, ne? Ja, so. Ja, so. Ja. Ja. Ja, so. Ja, so. Moment. Der schmale Weg, der schmale Weg bis zum Ende und dann rechts. Ja, witzig, wie soll das denn bitte schön gehen? Ich war doch so schnell. Oh, das gibt's es doch nicht, du. Oh, man. Ich weiß. Der Kauser zur Sprengung des Schiffs beträgt fünf Minuten. Okay, ich schaff das nicht. Alter, das ist doch nicht möglich. Ja, war ich doch erst mal. Oh, Gott, ey. Ich hab da jetzt keine Leider. Der Kauser zur Sprengung des Schiffs, bitte. Hä? Oh, Gott, ey. Oh, Gott, ey. Ah, hinsetzen, platzen nehmen und war, oh Gott, ey. Oh, Gott, ey. Ich will in sechs Wochen die Randzone erreichen. Sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Notronung. Ende der Durchsage. Wir sehen uns bald wieder, Amanda. Sei brav, ja? Ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, Mann, ey. Haben wir das ganze Raumschiff da wieder zerstört und mit dem Alien zusammen. Und wir sind entkommen. In Ordnung. Das war auch ein kurzes DLC. So, dann betanke ich mich an dieser Stelle. Das war's jetzt mit Alien Isolation. Und in zwei kleinen Bonusrunden hier. Und mehr gibt es nicht. Also, danke fürs Gucken. Ja, und dann sehen wir uns bei einem, oder hören wir uns bei einem anderen Projekt wieder. Ja, was das sein wird? Keine Ahnung. Lass dich überraschen. Also, bis dann. Irgendwann macht's gut und bye bye.